Hallo und herzlich willkommen zu unserem Montagevideo für die Villaroy & Boch Installationssysteme V-Connect. Hier ein Blick auf unsere verschiedenen Installationselemente für den Nassbau sowie die Betätigungsplatten. In diesem Tutorial wird ein Nassbau-Standard Installationssystem mit der M300-Betätigungsplatte installiert. Die Montage dauert circa 30 Minuten. Die Installation hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und kann von nur einer Person durchgeführt werden. Hier eine Übersicht über alle Bestandteile des Lieferumfangs. Nun sehen Sie, welche Werkzeuge Sie für die Installation benötigen. Hier eine Übersicht über die Messungen. Zuerst Befestigungslaschen ausklappen, das Nassbauelement an der Wand aufhängen. Markieren Sie nun die Bohrpunkte. Bohren Sie anschließend Löcher für die Wandbefestigung. Befestigen Sie das Element mithilfe der mitgelieferten Schrauben in den Löchern. Richten Sie mithilfe der Wasserwaage das Element aus. Achtung bei Befestigung dieser Punkte. Die beiden unteren Schrauben tragen später das komplette Element und das WC. Verbinden Sie nun das Ablaufrohr. Befestigen Sie die Gewindestäbe zur WC-Montage und die Schutzschläuche für die Gewindestäbe. Fügen Sie danach den Füllblock am Nassbau ein und montieren Sie die Abdeckkappen bei Zu- und Ablaufrohr. Nun erfolgt die Verbindung des Spülkastens mit der Wasserleitung. Montieren Sie anschließend das Eckventil an der Wasserleitung und schließen Sie danach den Flexschlauch an das Eckventil. Nun folgt die Bauschutzmontage. Montieren Sie den Rohbaurahmen und den Bauschutz der Revisionsöffnung. Das Element wird jetzt ummauert und anschließend verputzt. Die Rohmontage ist nun abgeschlossen. Es folgt der Estrich und die Beplankung. Zur Endmontage des WCs wird der Gewindeschutz und die Abdeckkappen für Zu- und Ablaufrohr entfernt. Sie müssen nun die WC-Anschlussrohre auf die richtige Länge kürzen. Dafür montieren Sie die Anschlussrohre am WC. Markieren Sie nun die Rohre bündig mit der Rückwand des WCs. Danach die Einstecktiefe im Wandanschluss anzeichnen. Messen Sie den Abstand zwischen beiden Markierungen. Die Länge des Abstandes am Rohrende anzeichnen. Nach demselben Prinzip zeichnen Sie auch das Spülrohr an. Kürzen Sie beide Rohre, sägen Sie das überschüssige Material, also den Unterschied zwischen den beiden Markierungen, an der Spitze des Rohres ab. Die gekürzten Rohre jetzt am Vorwandelement montieren. Nun erfolgt die Montage des Wand-WCs. In diesem Video montieren wir ein Subway 2.0 WC mit der Suprafix 3.0 verdeckten WC-Befestigung. Montieren Sie zuerst die WC-Befestigung und den Toilettendeckel mit Hilfe eines Flachschlüssels. Entfernen Sie den Bauschutz der Betätigungsplatte und kürzen Sie den Rohbaurahmen auf die richtige Länge. Spülen Sie die Wasserleitung durch. Verbinden Sie erst dann den Flexschlauch am Füllventil. Es folgt die Montage der Befestigungsstangen der Betätigungsplatte. Verbinden Sie die Kabel an der Betätigungsplatte mit Hilfe einer 45-Grad-Drehung. Montieren Sie anschließend den Einhängerahmen der Betätigungsplatte. Das Installationssystem und die Betätigungsplatte sind nun montiert und einsatzbereit. Spülen Sie, um sicherzustellen, dass die Installation erfolgreich war. Fertig! Sie haben Ihr neues Willeroy & Boch Produkt installiert. WC-Connect – eine clevere Verbindung. Entdecken Sie unsere Produktvielfalt auf unserem Profi-Portal.